Wir sind zurück mit den unglaublichsten Krankenhausgeschichten aus den Berliner Vivantes Klinika. Mit dabei sind Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte sowie spannende Menschen, die das erzählen, was du sonst nirgendwo hörst. Irgendwann habe ich sie an einer Grünberger Straße an so einem Geldautomaten liegen sehen und so, scheiße, den Typen kennst du doch. Das ist nur ein Bruchteil der Menschen, die ihre Wohnung verlieren. Echt krank ist in der deutschen Landschaft momentan Daten- und Gesundheitskompetenz. Es ist grundsätzlich nicht nur wichtig für Vivantes sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, sondern für die gesamte Gesellschaft. Abonniere echt krank. Jetzt überall dort, wo es gute Podcasts gibt.